Die Verpflichtung von Alexander Nübel durch den FC Bayern München hat für Aufsehen gesorgt. Die Torwart-Situation beim Rekordmeister spitzt sich weiter zu, München, nach der umstrittenen Verpflichtung von Alexander Nübel, 23, schließt der Münchner Ersatztorwart Ron Torben Hoffmann, 20, ein Ong-Abschied vom FC Bayern München nicht aus. Wenn mich der FC Bayern als dritter Torhüter sieht und wir in der kommenden Saison in der 3-Liga spielen, bleibt Bayern eine Option für mich. Ansonsten bin ich weg. Dann möchte ich die Freigabe, sagte Hoffmann der Bild-Zeitung. Die Verpflichtung des Schalkhers Nübel, der einen 5-Jahres-Vertrag erhält, verschärft ab Sommer die Torhüter-Situation in München. Manuel Neuer, 33, ist die Nummer 1 vor Ersatzmann Sven Ulreich, 31. Dritter Keeper ist Christian Früchtl, 19, der regelmäßig für die zweite Mannschaft der Bayern zwischen den Pfosten steht. Hoffmann war im Sommer 2015 von RB Leipzig nach München gekommen und ist nur Ersatz hinter Früchtl. Der FC Bayern hat meinen Wechselwunsch abgelehnt, weil der Klub mit vier Torhütern in die Saison gehen wollte. Die beabsichtigte Verpflichtung von Alexander Nübel war bei den Gesprächen im Sommer mit meinem Beater kein Thema, ändert meine Situation aber durchaus entscheidend, so Hoffmann. Der Schlussmann hatte nach eigener Aussage bereits Angebote anderer Vereine im vergangenen Sommer vorliegen. Gesang Fristl Im Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018